ja willkommen zurück das spiel geht mir langsam auf die eier ganz ehrlich ich weiß es nicht vielleicht gibt es auch einen Patch ich weiß es nicht es spinnt rum es stürzt ab ja das geht überhaupt nicht Leute wenn es so weiter geht dann muss ich das einstellen darauf habe ich keinen Bock weil ich habe das eigentlich fest Florian 6 an Leitstand melde Fahrzeug frei auf Wachter geklammt gestern beim Arbeiter meiner Fieber habe ich eine geniale Fehlerbeinung es hieß Fehler am Knall 3 Bediener ich saß da erst mal wie Ochs vorm Berg gemeint war Fehler am POP-3-Sörder diese dämlichen 1 zu 1 Übersetzung die Grafik jetzt etwas runtergeschraubt tut mir leid Leute ich habe einen Gamer Reifen mein PC hat sogar mehr Leistung als Harald und bei mir spinnt das rum da stimmt was nicht ich nehme schon über eine Stunde auf habe gerade mal noch nicht mal ansatzweise eine zweite Folge fertig ja halt die Fresse ich habe mich nicht gepennt das geht mir auf den Sack ich heizt es im Haul lass mich durch Leute hätte ich das bewusst halt die Fresse lass mich pennen mit regelmäßigen Gruppen kannst du dauer auf deine Leistung gehören ganz ruhig entschuldige ja entschuldige nicht angenommen fertig alle Einsatzkräfte von der Grillhütte im Brunsdorfer Wald gar eine Meldung rein bei einer Grillfeier das hört sich nicht gut an das hört sich nicht gut an alle Einsatzkräfte begehen sich umgehend dorthin Florian 6 an Leitstand melde Einsatz angenommen leg mal den Gang zu Halt die Fresse Pass doch auf wo du hinläufst Sock sind die Alter ein Achro ne die Steuerungsfluss ich weiß nicht was dir geht aber ich trinke jetzt erstmal mach doch ja und das vor ist erstmal so eingeschränkt tut mir auch sehr leid wenn das Sätze übelst ruckelt dann dann ich dann Untertitelung. BR 2018 Nein! Ich hoffe, ich schläft das jetzt richtig. Liebe Zuschauer, entweder ihr erlebt es live mit wie mein Spielabstürzchen oder ich habe das so rausgeschnitten. Also nicht wundern, wenn ich irgendwas erzählt habe, was ihr eigentlich fragt habt. Nicht wundern. Danke. Florian 6 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetraut. Scheiße, das ist fast alle. Nein. Nein. Scheiße. Scheiße. Das ist fast alle. Scheiße. Ich möchte auch Gegentezen aus. Was ist das Wasser alles? Alter, ich kann kotzen Die Dio's sind 10 auf E-Bahn, die sind Die sind wirklich ganz gut Dio's und die sind 10, wo es teuer ist Ganz schlimm Sauber! Und noch zu schön geflüchtet. perfekt leute guten morgen zusammen aufgrund deiner hervorragenden leistung am gestrigen tag ist es mir eine freude dich mit sofortiger wirkung zum feuerwehrmann zu bedanken ich habe das motiviert dich auch weiterhin vollen einsatz zu zeigen dich teile ich heute als fahrer im rettungsdienst auf dem rtw florian 5 ein sorge bitte dafür dass das fahrzeug jederzeit beteiligt und voll einsatz bereit ist vom äußeren erscheinungsbild sieht das fahrzeug ja soweit ganz gut in schuss aus ich hoffe dass dies auch für seine funktionalität so das war's auch schon alle mann ab an die arbeit und passt auf euch auf hier um hier genau gut Was haben wir denn hier eigentlich alles drinnen? Okay. Lalalala. Sieht eigentlich ganz okay aus. Ja, wir sind schon am Ende mit der Folge. Heute etwas früher. Ich muss die ganzen Folgen leider unterkriegen. Dafür hättet ihr das letzte Mal eine längere Folge. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie lange die Folge war. Auf jeden Fall tut es mir sehr leid, dass es Holpik war. Jetzt scheint es endlich mal richtig zu klappen. Und ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Über einen Mitleids-Daumen nach oben. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Feuerwehr-Dissimulation. Also, bis denn dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.